jo leute was geht willkommen zurück zu einem weiteren eldenring video und heute geht es um die schöne rüstung und vor allen dingen diese waffe silurias speer der genau nach meinem geschmack ist arznei rein schwur rein und flamme gibt mir kraft rein dann stellt ihr euch hier hinten hin wie seht den an haltet l2 gedrückt 4000 das aber genau für mich das aber genau für mich gemacht auja das gefällt dem alten lu das gefällt mir auja auja das ist geil fangen wir an mit der arzneimischung ganz wichtig verstärkt kurz heilige angriffe und verstärkt kurz aufgeladene angriffe weil hier den angriff könnt ihr aufladen dazu natürlich noch godfrey's ikone was erhöht auch den schaden von aufgeladenen talenten dann heiliger skorpions talisman von hinten drauf ballern dann ganz wichtig schärben von alexander noch mal 15 prozent mehr schaden und was mir gerade einfällt was gut wäre weil man ballert ja von hinten den ritual schwert talisman weil man ist ja safe full life und dann silurias baum ach ist gar nicht silurias speer es ist silurias baum den findet ihr übrigens hier in tiefen von tiefwurz hier ist ein boss so ein baumwächter den müsst ihr besiegen da könnt ihr ganz entspannt von von ähm von kathedrale der verlorenen das da wo ihr gott äh gott gott hieß der typ da nochmal gottwin und ne mockwin mockwin sorry dort wo er mock findet den besiegt ihr dann seid ihr hier könnt ihr hier runter zur echte und der rasenden flamme dann kommt ihr hier raus und könnt hier runter und einmal entlang ihr kennt das alles aus den anderen videos und hier den baumwächter besiegen und dann kriegt ihr hier die waffe silurias baum alter ich wusste nicht dass die waffe so geil ist hätte ich das gewusst hätte ich auf jeden fall auch mal öfter gespielt und bam 4400 und bam boah es wäre noch geiler wenn die so durchdringende angriffe machen würde bam silurias baum hehehe weggeklatscht zum dumm kopf und bam muss er aufpassen da muss er besser aufpassen da kann ich auch nichts für Geil. Guter Baum. Gefällt mir. Oh. Hallo. Aufpassen. Aufpassen. Oh. Das geht ja durch. Geil. FP kostet ganz schön viel. Aber. Geil. Gefällt dem Lou. Gefällt dem alten Lou. Das ist genau nach meinem Geschmack. Oh. Da müsst ihr aufpassen. Aufpassen. Ich habe es doch gesagt Leute. Ihr müsst aufpassen. Ihr müsst immer auch gucken was im Eingang da kommt. Die passen nicht auf Leute. Wenn ihr irgendwo sitzt ihr müsst immer aufpassen. Falls ihr euch von hinten mit dem Baum abschießt. Da müsst ihr einfach auf der Hut sein. Falls so ein Typ rumläuft und euch mit dem Baum abballert. Da müsst ihr einfach aufpassen. Ich sage es euch. Wie ist er denn so abgesehen von seinem Talent. Nicht so geil. Nicht so geil muss ich sagen. Tot. Deswegen optional. Das karianische Waffen. Ja. Auf jeden Fall. Achtung. Baum schießt. Der ist gut. Oh ja. Leute macht diesen. Holt euch die Waffe. Silurias Baum. Geil. Fühle ich. Sag mal gerne in den Kommentaren wie ihr den findet. Like auf dem Video lassen. Und den Kanal abonnieren wenn ihr da nichts verpassen wollt. Kommen bestimmt in der nächsten Zeit noch mehrere Builds. So geile Sachen. Auch Sachen die ich noch nicht kannte. Und damit würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Aufhören. Und dann wiederh Łde.